Hallo, ich bin Christopher und wir spielen jetzt Game of the Hit. Hallo, ich bin Max. Halt die Fresse! Und ich mach mit! Ich bin Merkel und mach auch mit! Wacht, Paper, Siss! Wacht, Paper, Siss! Wacht, Paper, Siss! Geht euch! Ah! Daulettster! Ich war von 2 Mal! Und jetzt 2 Mal! Fuck, jetzt ist das Geld noch! 3... Wer fängt? Nichts! 3, 4, 7! 1, 2, 3, 4! Wap, wap, wap! Scheiße! 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 3, 4, 5! 4, 5! 4, 5! 4, 5! 4, 5! 5, 5! 5, 5! 5, 5! 5, 6! 5, 6! 5, 6! 5, 6! 5, 6! 5, 7! 6, 7! 5, 7! 6, 8! 5, 9! 10, 9! 11, 8! 10, 9! 11, 9! Ich hab's nicht eingegeben! Wer ist nach mir dran? Du! Wer ist nach mir dran? Du! Er macht Pre-Flip in! Er macht Pre-Flip in! Ach, er hat Pre-Flip in gesagt? Nein! Ich glaub, das ist gut. Das ist übel scheiße. Das ist gestern scheiße. Das ist gestern scheiße geworden, Alter. Nee, ich glaub, beim Alter, die labern noch eine Zeit lang. Ja, gell? Tire-Clip, ja. Ich bin am Ortste. Mordi! 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 Das ist gut. Das ist gut! P. Max hat P. Barry hat P. Chris hat Null. Chris hat nix. Pick. Priflip in. Max hat P. I. Er macht Finger Rip 180. Chris hat ein P. Chris hat P. Ein P. I. Barry hat ein P. I. So wie es aussieht. Alle haben ein P. I. Brieflip in. Und Finger Rip. Und Finger Rip. Also Chris hat ein P. Und Barry hat ein P. I. Und Max auch. Ein P. I. Rebain. Rebain heißt Re-play. In deutsch er darf nochmal. Dann machst du auch immer ein P. I. Dann machst du auch immer ein P. I. Abgedehnt. Du machst genau anders. Du machst ein P. I. B. I. So ist ein P. I. B. I. B. 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 Das ist so ein Tisch. Alter, was ist denn so ein Thema denn? Kett, Junge, Kett, Ritten. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Da kann man nicht liegen oder so auf dem Kopf stehen. Erstmal machen wir zum Abschied alle noch einen. Grand Prix. Fast Blend, Front Prix. Front Scooter, Flipped, Tailb-Air. Macht Chris. Raus, 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 raus. Fast Blend, Front Prix. Macht Barry. Noch mal. Der Winner. Der Winner ist Chris. Hey.